Musik 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 Wes Hillig, Kinders von Midgard und herzlich willkommen in Min Sagenhall. So, ich hoffe, dass euch der erste Teil meines Beitrags über das alte heidnische Friesland gefallen hat und lade euch ein, mir nun zuzuhören, wenn ich euch über die alten Götter, Wesenheiten und Sagen der Friesen in vorchristlicher Zeit erzähle. Viel Spaß. Musik Im Folgenden versuche ich, so weit wie möglich, zu rekonstruieren, wie die Religion der Friesen ausgesehen haben mag. Bemerkt bitte dabei, dass viele der Namen spekulativ sind und nicht unbedingt so von den historischen Friesen verwendet wurden. Auch viele der gemeingermanischen Wesenheiten müssen nicht unbedingt von den Friesen verehrt oder gefürchtet worden sein. Ich habe nur rekonstruiert, um zu demonstrieren, wie sie vermutlich damals geglaubt und genannt haben könnten. An diese spekulativen Namen werde ich ein Sternchen dranhängen, damit man sie besser von den historisch belegten Namen unterscheiden kann. Über das Heidentum der Friesen gibt es nicht viele Informationen, aber fest steht, dass sie die Grundzüge der friesischen Glaubenswelt der anderen Germanen entsprochen hat. Sprich, es gab Götter, die sie vermutlich Ese genannt haben, nicht Asen oder Esie wie die Nordmänner. Diese Ese werden im Krieg mit den Riesen gewesen sein, den Vrisi, Dürse oder Äthanas. Daneben glaubten sie auch an Naturwesen der Erde, wie Elfe, Dwercher und Wirme. Als Menschen, die stets nah am Wasser wohnten, glaubten sie vermutlich an Meeresriesen und Wassergeister. Der Meeresriese Warte oder Wato, den man aus angelsächsischen und althochdeutschen Sagen kennt, ist ein solcher Meeresriese. Dann sind da noch die Wassernixen, die Nicke. Die weiblichen Wassernixen waren die Nickewiefen, die Nixenweiber. All diese Entitäten werden zusammengefasst als Wichte, was Wesen, Wichte oder Geschöpfe heißt. Modas oder Edisi waren weibliche Ahnengeister, die man um Schutz anrief. Ihre Gottheiten werden die Friesen nicht in Ese und Vena geteilt haben. Alle Gottheiten waren Ese. Ein einzelner Gott wurde Os oder As genannt. Und zu denen gehörte zunächst mal Veda, der Sturmgott der Runen, der Magie und der Toten. Dann die Erdgöttin, welche Erfe oder Folder geheißen haben mag. Thuner ist der Donnergott und der Sohn von Erfe und Veda. Thieu ist der Gott des Himmels, Krieges und Gerichts. Freya ist Göttin von Magie, Geburt und Tod. Wahrscheinlich auch von Schicksal oder Weissagung. Ing ist der Gott der Fruchtbarkeit und des Friedens. Zudem ist er der mythische Ahnherr der Ingvionen, der Nordseegermanen, die unter anderem auch die Cheruska, Angeln, Sachsen und Juten umfassen. Daneben werden die Friesen Götter gehabt haben, die nur für sie Bedeutung und Geltung hatten. Dazu gehört Phosite, der Gott des Rechts und des Sippenfriedens auf Helgoland. Phosite entspricht dem Phoseti der nordischen Mythologie. Beide Namen bedeuten der Vorsitzende, also der Vorsitz bei der Fängversammlung. Es heißt, ihm war die Insel Helgoland geweiht, welche damals Phosites Land hieß. Phosite soll es auch gewesen sein, der einst zwölf weise Männer zu dieser Insel führte, wo sie an einer heiligen Quelle die Stammesgesetze der Friesen beschlossen. Diese zwölf Männer wurden Arsegas genannt, was Rechtssprecher bedeutet. Möglich ist auch, dass diese zwölf weisen Männer in der heidnischen Version dieser Geschichte in Wahrheit zwölf Götter und Göttinnen gewesen sind. Später soll diese Geschichte christlich verformt worden sein und anstelle Phosite führte Christus die Männer zur Insel. Dass Jesus eine goldene Axt mit sich führte, mit der er die Quelle der Weisheit in den Boden der Insel schlug, weist deutlich auf den heidnischen Ursprung der Sage hin. Bardo Hanna ist eine Kriegsgöttin, die vielleicht Walkürenartige Züge hat oder mit der keltischen Morrigan vergleichbar ist. Ihr war ein Wald geheiligt und als die Friesen sich im Jahr 28 nach Christus gegen die römische Steuertyrannei erhoben, ihr wisst schon, wo auch ihre Frauen und Kinder konfisziert und versklavt wurden, schlachteten sie dort 900 Römer ab. Ich vermute, dass das nicht zufällig dort stattfand und dass die Friesen die Legionäre nicht einfach nur töteten, sondern ihrer Göttin Bardo Hanna in ihrem heiligen Wald als Opfer dargebracht haben. Andere Ese werden zumindest von Friesen, aber auch anderen Gruppen verehrt worden sein. Zum Beispiel Hludana, eine Göttin der Erde und des Meeres. Ein Weihestein aus dem niederländischen Friesland bringt sie mit der Fischerei in Verbindung. Für die Friesen sicherlich kein unwichtiges Gewerbe. Hludana ist das Gegenstück zu Hludyn, der Mutter Thors in der nordischen Mythologie. Aber ob Hludana und Hludyn wirklich eins zu eins gleichzusetzen sind, bezweifle ich. Sachsnot Hier werden vielleicht einige verwundert sein. Gilt Sachsnot doch als Altsächsischer Ors, als Exklusiv-Ors sozusagen. Da jedoch die Friesen, zumindest die zur Königratbootszeiten, zu einem großen Teil von Sachsen abstammen, ist es wahrscheinlich, dass auch er seinen Platz im friesischen Pantheon hatte. Für diejenigen, die es nicht wissen, Sachsnot gilt als Nationalgott und Stammvater der Sachsen und Angelsachsen und verkörperte Krieg, Recht und Ansehen der Sachsen, für die er auf einer Stufe mit dem Allvater und dem Donnergott stand. Fingsas wurde auf zwei Weihe in Schriften erwähnt, zusammen mit weiblichen Gottheiten namens Alaesjagel. Eine stammt aus einem Altar in der Nähe des Hadrianswall und ist von germanischen Legionären gestiftet worden. Fingsas scheint hier eine andere Form von Tivas zu sein, oder Tiu, der in der lateinischen Inschrift den Beinamen Mars hat. Die Alaesjagel sind jeweils zwei Göttinnen, die oft als eine Art Gerichtshelferinnen interpretiert werden. Alaesjagel wird oft mit Allseits verehrt, übersetzt oder Allseits geehrt, aber auch mit Allseits siegreich. In der ersten Inschrift heißen die beiden Göttinnen Phimilena und Beda, was auf verschiedene Verpflichtungen und Arten bezüglich des Phings hindeutet. Die auf der zweiten Inschrift genannten heißen Bordihilja und Freagabia. Bordihilja scheint eine Kriegsgottheit zu sein, während Freagabis vermutlich die Freigebende heißt und möglicherweise für die Freisprechung von Angeklagten zuständig war. Leider liegt vieles über diese Wesen wirklich nur im Dunkeln und ich überlege, ob das nächste Video sich ein wenig mehr mit ihnen befassen soll. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das finden würdet. Die Matres Freisjave oder die Freisjavonischen Mütter sind eine Gruppe von Schutzgöttinnen, welche auf einem Altar steinbezeugt sind. Sie gehören zu einem größeren Kult, der vom 1. bis 5. Jahrhundert im Westeuropa bestand und dem sowohl Germanen als auch Römer und Kelten angehörten. So gibt es auch Inschriften und Altäre für keltische Matronen. Es gibt die allgebenden Matrones namens Allagabia oder die Matrones Suevi, die Matronen der germanischen Sueven. Sie sorgten für Schutz, Gesundheit und Wohlstand. Unklar ist, ob das Freisjave im Namen sich auf die Friesen bezieht oder die Freisjavonen, welche im Süden der heutigen Niederlande lebten. Ihr Name bedeutet so viel wie von den Friesen stammend oder zu den Friesen gehörend. Aber wie Friesen und Freisjavonen zueinander in Beziehung standen, ist unklar. Da sie aber bereits dem Namen nach den Friesen zugeordnet werden, habe ich sie einfach mal in die Liste hier mit aufgenommen. Eine Hauptgottheit der Friesjavonen war übrigens Nehalenja, Herren der Gewässer und der Handelsreisenden. Ihr unterstehen unter anderem Fruchtbarkeit, Tod und der Schutz von Seefahrern. Veladu ist die friesische Version von Wieland, dem legendären Schmied, der durch eine List vom bösen König Neidhardt versklavt wurde und dafür furchtbare Rache nahm. Er soll halb Mensch, halb Riese gewesen sein und ein Sohn des Meeresriesen Wato und zahlreiche wundersame Waffen und andere Gegenstände geschaffen haben. In Friesland ist sein Name auf einer Münze erhalten, die zwischen 575 und 625 nach Christus geprägt wurde. Fynn ist ein legendärer Friese, der in nordischen und angelsächsischen Liedern erwähnt wird. In alter Zeit war Fynn König der Friesen und ein Schwager des Dänenkönigs Knäf. Die beiden geraten in einen Streit und es kommt zum Kampf. Fynn tötet Knäf. Der neue Herrscher der Dänen, Hengist und Fynn schließen jedoch Frieden. Doch schon bald entbrennt die alte Feindschaft zwischen Friesen und Dänen erneut und es kommt zu einem Kampf, bei dem Fynns Burg in Flammen aufgeht und der Friesenkönig den Tod findet. Und zwar durch die Hand von Hengist, der zuvor ein Fein, also Gefolgsmann von Knäf gewesen war. Hengist wollte Knäf offenbar rächen, wie es der Ehrenkodex der Fein verlangte. Und alle anderen an Fynns Seite mussten wahrscheinlich sterben, um zu verhindern, dass sie irgendwann Rache an Hengist nehmen. Das altfriesische Wort Himmel bedeutet sowohl Himmel als auch Schädel. Hm, an was erinnert uns das bloß? Richtig, an die altnordische Vorstellung, dass die Welt aus dem Leichnam eines erschlagenen Urriesen gebildet wurde. Offenbar teilten auch die Friesen diese Vorstellung, die in christlicher Form in einer einheimischen Geschichte über die Erschaffung Adams aus irdischen Materialien überlebt hat. Hier wurde das Prinzip quasi umgedreht und das erste Wesen aus der Welt geschaffen, nicht die Welt aus dem ersten Wesen. Sie gibt einen Hinweis darauf, wie ein Schöpfungsmythos der vorchristlichen Friesen geklungen haben könnte. Ich lese sie euch jetzt vor. Zuerst in Altfriesisch, damit ihr eine Vorstellung von dieser Sprache bekommt und dann lese ich euch das Ganze nochmal auf Hochdeutsch vor. Gott schubft in der ersten Människa, mit was Adam von Achterwendem, wird Benete von der Stähne, wird Flaschk von Werer Erfe, wird Blut von der Wettere, wird Härte von der Winde, wird Flaschk von der Wolken, wird Zwäht von der Daue, wird Loka von der Gerse, wird Agne von Werer Sunna, und wird Blerem und Fenechelga um, und wird Gopereva von Sineriebe, Adamus Lerfa. Gott schuf den ersten Menschen, das war Adam, aus acht Teilen. Das Gebein aus den Steinen, das Fleisch aus der Erde, das Blut aus dem Wasser, das Herz aus dem Wind, die Gedanken aus den Wolken, den Schweiß aus dem Tau, die Locken aus dem Grase, die Augen aus der Sonne. Und da blies er ihm ein heiligen Atem, und da schuf er Eva von seiner Rippe, Adams Geliebte. Nun hört euch mal die nordische Version dieser Geschichte an. Aus Imirs Fleisch ward die Erde geschaffen, aus dem Gebein die Berge, der Himmel aus der Hirnschale des eiskalten Hühnen, aus seinem Schweiße die See. Glaubt ihr an Zufälle? Also ich nicht. Hier übrigens ein paar damals übliche Namen und ihre Bedeutung. Die Namen sollten den Charakter des Kindes beeinflussen. Fiat Ward Volkswächter Fiat Bolt Volkstapfer Volkwald Volkswalter Megan Ulf Kraftwolf Fredwi Friedensweil Gerolf Speerwolf Osnauf Gottkühn Wie in allen alten Religionen spielte auch in der frisischen die Tierwelt eine große Rolle. Neben den üblichen Verdächtigen wie Raben, Hirsche, Ziegen oder Wölfen, haben auch Gänse und Schwäne ihren Platz zwischen Asgard und Ameland gehabt. Diese gelten seit indoeuropäischer Zeit als Begleiter des Himmels und Sonnengottes. Da sieht man unter anderem an Zeus, der sich in einen Schwan verwandelt, oder an die Schwäne, die in der Quelle der Weisheit schwimmen. Und wer ist der besonnenste Os von Veda, mal ganz abgesehen? Richtig, Thieu, der Sonnengott und lange Zeit ursprüngliche Allvatergott der Germanen. Schwäne tauchen auch im Relief über Fingsas und den Aliasjag auf und kommen dazu in vielen frisischen Volkssagen vor. Dazu werde ich euch mal einen Link verschicken, der sehr gut, wenn auch auf Englisch geschrieben, das Ganze zusammenfasst. Wie andere Germanen auch, verehrten die Friesen ihre Götter in Hainen im Wald oder in Tempeln. Dabei ist das Wort Tempel nur behelpsmäßig, denn Tempelanlagen, wie die Römer und Griechen sie kannten, hatten die Germanen nicht. Wohl aber entsprechende Einrichtungen, die Hof genannt wurden und oft aus einem abgetrennten Bereich bestanden oder aus einem Haus, in dem Statuen von Göttern aufgestellt wurden. Neben Hof hießen diese Gebäude auch Blothus, also Blothaus. Ein Bloth ist ein germanisches Ritual, bei dem man den Göttern oder auch anderen Wesen ein Opfer darbringt, um dafür etwas von ihnen zu bekommen. Seien es Siegel im Krieg oder Schutz oder Gesundheit oder eine gute Ernte. Die Germanen, sowie fast alle Kulturen des Altertums, traten dadurch mit den Göttern, Ahnen oder Elfen in ein Vertragsverhältnis, das man heutzutage als Bonding bezeichnen könnte. Was man den Göttern anbot, konnte damals von Trank- und Speiseopfern, über Gegenstände wie Münzen oder Waffen, bis hin zu rituell getöteten Tieren und Menschenopfern reichen. Einige Opfer wurden in Wäldern oder an Flüssen und Seen vollzogen. Andere eben in bestimmten Gebäuden. Was auf die Existenz solcher Blothäuser in Friesland deutet, stammt ausgerechnet aus einem christlichen Gesetzestext, der Lex Frisionum. In diesem Text gibt es eine ganze Reihe von Geldstrafen und Verhaltensregeln, die sich auf Sach- und Körperschäden beziehen und nach gesellschaftlichem Stand geregelt wurden. Einige der Gesetze sind fränkisch-christlich geprägt, jedoch ganz am Ende ist ein Abschnitt, der eindeutig heidnisch ist und deshalb in späteren Fassungen der Lex Frisionum nicht mehr auftaucht. Der auf Latein betitelte Abschnitt heißt De Honore Templorum, also die Achtung des Tempels. Hier wird eindeutig der Ausdruck Tempel gebraucht, nicht Basilica oder Ecclesia, was Kirche heißt. Im Abschnitt selbst wird die betroffene Stätte als Phanum bezeichnet, was ebenfalls Heiligtum, Schrein oder Tempel bedeutet. Und dieser Abschnitt beschreibt sehr anschaulich, was mit einem gemacht wurde, wenn man diese Stätte geschändet hatte. Ich zitiere Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber christlich ist was anderes. Eine Sitte der Friesen soll gewesen sein, den Ese Knochen unter bestimmte Steine zu legen. Generell sollen sie Opfer an Steinen dargebracht und dort Kulthandlungen vollzogen haben. Dabei sangen sie Zauberlieder, die sie Galdan nannten. Das Galdan oder Galstern war eine weitverbreitete magische Praktik bei den Germanen. Der erste, der das Galdan nach Midgard brachte, war Allvater Wodan. Außerdem, wie man an der Strafe für Verbrechen am Blothus gesehen hat, spielten Gewässer für sie als Küstenbewohner keine unwichtige Rolle. Für rituelle Reinigungen sollen sie Feuer benutzt haben, etwa das Notfeuer. Dieser Zauber ist auch bei anderen Völkern bekannt, etwa bei den Kelten und Slaven. Notfeuer bedeutet Notfeuer. Dafür wurden zum Beispiel kranke Menschen oder Tiere, wie Kühe oder Schafe, zwischen zwei entzündete Feuer getrieben. Es wurde aber auch benutzt, um die Luft von bösen Geistern oder Drachen zu reinigen. Kommen wir zum Schluss noch auf den Runenstock von Wester Emden zu sprechen. Der Ollenfräsen haben nämlich auch magische Gegenstände benutzt. So wurde in Groningen ein Eibenstock aus dem 8. Jahrhundert gefunden, das einem Mann namens Wemoth gehörte und in das man Runen geritzt hatte, um sein Zuhause zu segnen. Da es aus Eibe verfertigt wurde, kann man spekulieren, dass es besonders lange halten sollte. Denn trotz oder gerade wegen ihrer Giftigkeit sagte man der Eibe wieder Geburt oder ewiges Leben nach. Dieses Stück Holz war also buchstäblich ein Glücksbringer, dessen Besitz ewiges, weil sich erneuerndes Glück garantiert. Und es enthält die längste Runeninschrift aus dem alten Friesland. Und mit diesen Worten aus der fernen Vergangenheit verabschiede ich mich für dieses Mal. Die Runeninschrift von Wester Emden lautet wie folgt. Ob Hemo Ibadah Emluf, Ewi og Uptuna, Alewimoth, Echhusa Auf das Heim gebe Glück, die Eibe und Düne auch. Wemoth gehört dies hier. Wemoth gehört dies hier. Wemoth gehört dies hier. Wemoth gehört dies hier. Vielen Dank.